Kamera läuft? Was? Kamera läuft? Wollt nicht. Hi, jetzt willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video soll es mal ein bisschen um Diesel-Tuning gehen. Und da haben wir natürlich gleich den perfekten Experten, was Motoren betrifft. Ja. Diesel-Tuning. Diesel-Tuning. Was für ein Fahrzeug? Mein Golf. Dein Golf? Golf 7? Golf 7 GTD. 2 Liter. 2 Liter. Aktuell ist ja ausgeliefert mit 184 PS. Aktuell 220, glaube ich. Der war nicht auf der Rolle. Ist schon krass. Also früher war das undenkbar, so welche Leistung aus dem Diesel rauszukommen. Aber ich dachte, Diesel ist eigentlich immer leichter zu tun als ein Benziner. Ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber undenkbar, so viel Leistung aus einem Diesel-Motor hinzukommen. Weil du hast ja immer die Drehzahl mit Grenzen. Ja. Wie hoch drehst du dann? 4.500, 5.000? Ist ja Ende, ne? Da habe ich noch nie drauf geachtet. Nicht so wie Philipp. 8.500, 8.500. Leistung kommt ja auch durch Drehzahl. Deswegen finde ich das grundsätzlich krass, was die Diesel-Motoren können. 9.500 nächstes Jahr. 9.500 Diesel. Ja, ja. Für uns jetzt übrigens hinter der Kamera. Was man da machen kann. Natürlich, jetzt wird es technisch ein bisschen. Der Diesel-Motor verbrennt ja komplett anders als der Benzin-Motor. Beim Benzin-Motor ist ja immer, du kannst Sprit einspritzen und musst das immer, aus dem Sprit kommt der Kraft, natürlich immer, Krankstoff. Deswegen musst du mehr Luft reinpacken, weil das Verhältnis zwischen Luft und Benzin muss immer passend sein. Das heißt, du bist immer mit der Luft begrenzt. Je mehr Luft du reinbekommst, desto mehr Sprit kannst du dazu packen, desto mehr Leistung kannst du. Okay. Beim Diesel ist das aber nicht so. Früher. Moderner Diesel, jetzt mal abgesehen. Beim Diesel hast du immer volle Luft drin. Volle Luft. Und du spritzt immer ein bisschen Diesel, ein bisschen mehr Diesel ein und das ergibt die Leistung. Das ist ja eine nicht homogene Verbrennung. Was heißt das? Homogen. Homogen ist, wie beim Benzin-Motor, dass Luft und Sauerstoff immer gleichmäßig vorhanden ist. Und das muss, egal ob du 100 fährst oder 1000 fährst, es muss immer das gleiche Verhältnis haben. Achso, okay. Ja. Lambda ist schon mal bestimmt schon mal mitgehört. Ja. Da hast du Lambda 0,85. Das heißt, es muss ein bisschen mehr Sprit sein im Verhältnis zum Sauerstoff. Ja. Beim Diesel kannst du aber auch mit Lambda 2, 3, 5 fahren. Gar kein Problem. Okay. Du hast ja. Früher. Keine Wasserkappe. Das heißt, du konztest kein Gas geben. Das, was du gemacht hast mit deinem Pedal, war die Spritmenge einspritzen. Aber jetzt habe ich ja Drosselkappe. Aber diese Drosselkappe fungiert nicht als Regelung für die Leistung. Die fungiert nur, um den Sauerstoff wegzunehmen, damit du keine Stickoxie produzierst. Weil wir kennen das Pedal in und zwei Stelle. Entweder ganz oder gar nicht. Genau. Also wenn die Offenwellt hierzu. Und die Dieselmotoren sind so unglaublich stabil gebaut, müssen sie ja auch. Weil sie müssen die gleiche Leistung heraus bekommen aus weniger Drehzeit. Ne? Du hast 200 PS bei 4000 Drehungen. Das muss ein Benzinmotor, kann das bei 7000 Drehungen machen. Dementsprechend ist weniger Kraft entsteht bei einem Benzinmotor als einem Dieselmotor. Ja, da ist ja meistens so die Frage, dicker Turbolader. Dicker Turbolader. Das ist er aber auch nur notwendig, wenn er hinten anfängt zu qualmen. Wenn die Luftmenge nicht mehr reicht und er hat ja noch so viele Reserven normalerweise. Das heißt, Sprit. Immer mehr Sprit rein, immer mehr Sprit rein. Und bei den alten Pumpe-Düse-Motoren war das so, dass dann irgendwann die Kolben zu klein wurden. Und es nicht genug Diesel rein. Und so musste man die Kolben an die Pumpe-Düse-Elemente vergrößern, um wieder mehr Diesel rein zu bekommen. Das hast du bei einem Comwell nicht. Da muss man einfach gucken, wie viel die Düsen mitmachen. Und sonst muss man ja wirklich nicht viel machen. Und da testet man sich ran mit, man geht so weit, bis es nicht mehr funktioniert. Und dann fängt man an, zum Beispiel an die Düsen zu tauschen. Ja, ob es dort andere Düsen gibt, kann ich dir nicht sagen. Weil diese Düsen kann man nicht mal eben von Bosch Motorsport nur mal größern. Weil bei den Einspritzdüsen von Benzinern, die sind eigentlich immer gleich. Die sind immer gleich. Es gibt zwar zwei, drei verschiedene Bauformen, aber du kannst von einem Nissan, in einem Toyota, in einem Opel, was auch immer. Das passt immer gleich. Beim Dieselmotor nicht so. Beim Dieselmotor ist jede Düse, fast jede Düse von jedem Motor irgendwie ein bisschen anders. Die sind zwar auch von Bosch gebaut, aber trotzdem sind die Bauformen immer ein bisschen anders. Dann fängst du an und es wird Spritz reingespritzt. Wahrscheinlich hat dein Motor sogar eine Lambda-Sonne. Das ist natürlich, als ich angefangen habe damit, das war undenkbar. Wofür denn eine Lambda-Sonne bei einem Diesel? Weil das ist doch egal. Ich habe ja angefangen mit dem 1.6er Turbodiesel Golf 1 Caddy 1. Und da war immer, man dreht die Spritzschraube mehr. Das, was du mit Softermäßig machst. Oh, das Blaue hinten. Okay, ein bisschen wieder zurück. Man dreht die Einspritzbeginn ein bisschen früher, die ganze Pumpe verdrehen. Oh, schwarz. Okay, wir müssen zurückführen. Und dann hattest du so das Tuning gemacht. Den Einspritzpunkt. Oh, scheiße, Loch im Kolben. Das war zu viel. Nein, nein, nein. Das war ja früher. Das gab es ja gar nicht. Weil das Ding hatte 1.6 Liter Hubraum und ich hatte dann 80, 90 PS. Die Verhältnisse zu jetzt. Die Serienauslieferung. Da würde jeder alte Motor, wenn man ihn so aufpusten würde, einfach wegschmeißen. Definitiv so. Dann passt das so, was du gesagt hast. Den ersten Diesel-Tuningversuch, den ich gemacht habe, war, ich habe mir einen Dolphier gekauft. Und zwar hatte Jean-Pierre ja mal dieses Dieselprojekt. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Und als er damit angefangen hat, bin ich sofort los und habe mir einen Diesel gekauft. Weil ich ja erstens vier Kilometer fahre und zweitens da richtig Bock drauf hatte. Ja. So, aber er hat es halt leider nie zu Ende gebaut, Herr Kremer. Also du fängst an mit Sprit mit Twerken. Und irgendwann fängt es an, dass die Lambda-Sonne vielleicht sagt, oh, zu fett. Das fängt an zu qualmen hinten. Aber macht das nicht den Rußpartikelfilter? Also holt er nicht den Qualm weg, sag ich mal? Ja, also wenn man jetzt von Motorsport ausgeht, wäre das jetzt vollkommen blödsinnleistig-technisch mit einem Diesel-Praktikelfilter. Also der müsste rein theoretisch dann raus? Das ist immer, das ist jetzt ein Thema für mich. Du machst mit dem Diesel-Praktikelfilter die Feinstaubemission, reduzierst du. Aber gleichzeitig produzierst du ein Liter mehr für Rauch. Das ist schon ein bisschen grotesk. Du willst umweltschonend machen, machst dadurch was ein, aber dadurch wird er verbunden. Verbrauch höher. Also irgendwann schlägt sich das alles. Ja. Ja, wenn der raus ist, hast du weniger Verbrauch, kann der Motor besser atmen. Weil er keinen Gegendruck hat. Ja. Es ist ja so, wenn man bei Philipp gucken würde, der hat eine Sonde, Lambda-Sonde nach dem Turbolader. Die Milchpass. Du hast Lambda-Sonde, Drucksonde, Temperatursonde nach dem Partikelfilter, Drucksonde, Temperatursonde. Das liest alles dort ein. Damit bloß die Abgase, und das ist ja erstaunlich, weil diese waren ja immer Schwarz hinten. Du hast ja dann, dein Ausbefrohr ist definitiv sauberer als Philipp. Ausbefrohr. Es passt immer bei den Motoren, dass irgendeine Stelle, also vielleicht die Ladeluftkühler irgendwann zu klein oder zu warm wird. Vielleicht der Turbolader zu klein, vielleicht die Einspritzwüsen zu klein. Bei Einspritzwüsen kann man aber das, glaube ich, schon vorhersehen. Denn ich glaube, du hast ja trotzdem eine Taktung Prozentzahl und du kannst ja nur einspritzen, wenn der Kolben runtergehen soll. Das heißt, wenn diese Zeit schon bei 80, 90 Prozent ausgelastet ist, dann weißt du, aha, die Einspritzwüse ist zu gering, zu klein. Es muss eine größere, weil in dieser Zeit muss ich das reinbekommen. Wenn wir mal sagen, wir würden zum Beispiel alle Faktoren, die einen Engpass geben könnten, wie Ladeluftkühler, eventuell Turbolader und sowas. Was denkst du, könnte denn so ein heutzutage Motor aus der Dieselversion an Leistung abkönnen, ohne dass der Motor den Geist aufgibt? Hast du da eine ungefähre Vorstellung? Das ist wirklich schwer. Ich glaube schon, dass der die 300 PS schafft. Darüber habe ich zu wenig Erfahrung, um zu sagen, geht, der Block hält das aus. Was muss man als erstes machen? Als erstes machen? Auf dem Prüfstand, beziehungsweise abbestimmen. Nein, an den Motor. Ach, an den Motor. Das kann ich auch nicht sagen, was mal eben auseinanderfällt. Was sagst du aus der Mauer raus? Pläulstangen gibt es, Tunic-Pläulstangen, die sehen aus wie H-Shoppläul, wobei die Originaldinger sind schon ganz schön massiv. Aber das wäre so der erste Punkt, den man machen kann. Und was man machen kann, ist, ab einer gewissen Region, ein Dieselmotor braucht diese Verdichtung fast nur, um anzuspenden. Wenn er erstmal läuft, läuft er. Das heißt, die Motoren werden ja immer weiter gehen runter von der Verdichtung. Und im Endeffekt musste man, wie beim Turbomotor, beim Benzinmotor, könnte man die Verdichtung auch runter gehen auf 14, 13 durch eine dicke Kopfdichtung oder durch Abtrennen von Kolben, damit der Motor weniger inneren Widerstand hat. Weil er muss ja immer den Kolben, immer das zusammendrücken, immer in diese Mulde reindrücken, diese Verbrennungsmulde. Du kennst ja, wie das aussieht. Ja, das klaut ein bisschen. Aber wird der Wirkungsgrad nicht immer schlechter kommen? Nein, ist nicht. Wie gesagt, die Verdichtung, Wirkungsgrad ist ein bisschen recht, aber das ähnelt sich so wie bei einem Benzinmotor. Bei 13 zu 1 Verdichtung ist das auch irgendwann Ende mit dem Wirkungsgrad. Von 13 auf 14 bringt einem Benzinsaugermotor fast gar nichts mehr Anleistung. Was denkst du, hat so ein aktueller Motor eine Verdichtung? Die letzte, ich hab mal was von gehört, dass Peso waren irgendwie bei 14,5. Und der Benziner war auch bei 14,5. Je nach Umstellung. Also, das heißt, dein Motor hat bestimmt 16 herum. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ausfällig. Mein alter Caddymotor hatte 22. Das war notwendig, um die Luft zu verdichten, damit die so heiß wird, weil du hast ja keine Zündkarte. Du spritzt den Diesel ein in diese verdichtete Luft rein. Diese Luft macht dann schon 200, 300 Grad und schon fängt der Diesel an, von alleine an dich zu entzünden. Ja, aber das heißt, spritzt du den Diesel jetzt ein während der Kolbe runter geht oder hoch geht? Hoch geht's. Hoch geht, weil du vorhin eben gerade gesagt hast runter gegangen. Au, Entschuldigung. Nein, wir haben selber durcheinander. Nein, nein, nein. Du musst einspritzen mit einer Kolbe, bis dann. Das wollte ich nämlich da schon. Ein bisschen. Ich wollte dich im Flow noch nicht unterbrechen. Ja. Der Unterschied ist zum Beispiel, man nennt es so, ein Benzinmotor ist eine Gleich-Raum-Verbrennung, und dein Dieselmotor eine Gleich-Druck-Verbrennung. Das hast du bestimmt nix dran. Gar nix. Das heißt, du hast den Benzinmotor eingespritzt, du zündest und es verbrennt theoretisch alles in einem gleichen Raum. Bei einem Dieselmotor spritzt du kontinuierlich ein, und der Druck von oben, sagen wir mal, ich muss raten, 100 bar Verbrennung. Du spritzt ein, aber der Kolben geht runter und du behältst 100 bar, weil du immer weiter was einspritzt. Das nennt man dann gleich Druck-Verbrennung. Okay. Ja. Ein bisschen ein Unterschied von der Verbrennung. Ähm. Ja. Wo wir stehen gelingen, was man am Motor machen sollte. Also, fleucht dann irgendwann, wenn sie abreißen. Ich meine zu spät, aber trotzdem. Dann ist es zu spät, ja. Ja, Verdichtung kann man ein bisschen runter gehen. Das macht man einfach nur über die Kopfdichtung. Aber auch nur geht das, wenn man nicht schon die Drei-Loch-Kopfdichtung original verbaut hat. Okay. Weil die Kopfdichtung gibt es fast immer drei verschiedene Decken. Man kann aber auch einen Kolben ausbauen und einfach abdrehen. Das geht genauso. Mhm. Ja. Ölkühler. Das ist eine wichtige Sache, weil, wie wir es ja gesehen haben, wie es ja bei dem Porsche Museum gezeigt habe auch, ist, du hast ja die Ölspritzdüsen bei Benzinmotoren, die in den Kolben oben kühlen. Ja. Das hat der Diesel serienmäßig. Also das heißt, die ganze Hitze, die produziert wird oben, muss durch das Öl abgefüllt werden. Und da sind, glaube ich, die meisten Dieselmotoren zu schwach ausgelegt. Deinen Bus gibt es doch als Biturbo. Wieso? Die, glaube ich, kratzen ab wegen zu hoher Öltemperatur. Also 140 Grad steig über Autobahn. Ja. Und das ist nicht gut. Und das ist grundsätzlich gut. Deswegen 100. Ist ja klar, wie du fährst. Maximal bei 110, wenn ich wirklich drauf latsche. Okay, aber wenn du jetzt weiter hoch gehst, kann es sein, dass du auch auf 140 kommst. Und dann würde ich versuchen, dort einen Ölkühler anzunehmen. Den Lahlufkühler sieht man genauso an der Ansaugtemperatur. Wenn du da irgendwie in die 80, 90 Grad hoch gehst, dann ist ganz klar, ist der zu klein. Vielleicht hat's, weißt du ja nicht, ob er dafür passt, der für ein Datinghaus. Weil die Dinger sind immer so verschachtelt. Könnte man mal gucken, ja. Hast du Lahlufkühler? Ja, Lahlufkühler. Das ist ein Wasser-Lahlufkühler. Stimmt, ja. Das ist ganz schlecht. Stimmt, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen mit Wagner. Designere ich mich. Bei einem Wasser-Lahlufkühler ist meistens nicht der Lahlufkühler selber dieses Netz das Problem, sondern das Gegennetz vorne mit der Pumpe. Die ist zu schwach, um diese Wärme abzuführen. Da muss man sich anpassen. Herr René, jetzt nochmal abschließend. Erklär doch nochmal kurz, warum wir hier überhaupt bei Burger King sitzen. Wie spät haben wir es? Spät. Ja, jetzt 21.27 Uhr. Wir sind schon seit 4.30 Uhr unterwegs. Wie viele Kilometer haben wir noch? Du seit 4, ne? Ja, 100. 300 Kilometer haben wir ungefähr noch. Wir haben heute ein paar Videos gedreht, wo ihr schon zwei von gesehen habt und eins davon noch sehen werdet. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht haben sie auch erst eins gesehen oder keins. Ja, doch. Doch. Ich schneide das morgen alles noch fertig. Ich schneide das morgen alles noch fertig. Ja. Aber hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, ne? Ja. War auf jeden Fall wie ein Todesritt. Ja. Ja. Das waren 24 Stunden. Ja, doch super. Wie kann man einen Dieselmotor mit 14,5 Liter Durchschnittsverbrauch fahren? Das ist ja… Ach, das schafft man nicht. Ich zeig dir auch im Rückblick, wie wir auch 16 schaffen. Gut. Danke fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit dein Kaffee?